hallo leute und herzlich willkommen zu der combi checkt aus crown of wu das ist eine demo und was viel viel wichtiger ist das hier ist mit naja in anführungszeichen neuen programm das ist mit einem anderen programm als ich für gewöhnlich nehme zum aufnehmen es ist mit einem rausch unterdrücker es ist mit einem schwellenwert damit man theoretisch das klicken von mäusen und tasten gar nicht mal mehr so sehr hören wird und warum ich diesen test überhaupt mache es ist mit einem neuen grabber und dieser neue grabber sorgt dafür dass ich deswegen habe ich mir den eigentlich angeschafft ich habe so viele probleme damit gehabt dieser neue grabber ist dafür da dass ich den ingame sound in ingame sound synchron zu meinem fernseher höre das war der einzige große gedanke von mir das ist der grundgedanke gewesen ich kaufe mir das ding habe ein synchrones bild synchron ton und habe damit so ein bisschen lebensqualität und für euch gibt es obendrauf das perfekte bild ich muss nicht mehr naja zumindest für ps4 ps5 und dann halt die ganzen ins 1 spiele die auf der ps5 sind muss ich keinen rahmen mehr machen es ist einfach ein perfektes großes bild ich kann da noch sachen einbauen ich kann mich reinknallen tim toast die traurigen hamster warum der traurig ist weiß ich nicht aber er ist traurig also solche geschichten könnte ich einbauen und ihr würdet das sehen aber das ist vollbild das ist der eine große wichtige gute punkt jetzt ist natürlich trotz allem sound einstellungen wichtig an meinem mikro muss ich nicht arbeiten das ist entweder gut oder nicht gut ich also ich habe für mich entschieden das ist momentan gut ihr könnt mir gerne was dazu sagen viel wichtiger ist natürlich wieder dass der ingame sound gut ist es gibt halt sachen die sind dann zu laut zu leise aber in diesem programm das war das zweite was mir wichtig ist und das konnte ich mit dem ersten grabber das ist eine lange geschichte da will ich jetzt gar nicht drauf eingehen ein bisschen schon weil ich genervt bin aber da konnte ich dann nicht mehr den ingame sound runterdrehen und das ist schlecht stellt euch einfach mal vor ihr hört mich aber ihr versteht mich nicht mehr weil das spiel so laut ist was soll denn der miss altes programm beides elgato damals also mein alter elgato kein thema den benutze ich weiterhin carthewania und so alles cool da gibt es dann auch noch coole stylische rahmen also win-win oder so ähnlich aber meine frösser war das ätzend so oder habe ich den hier mit dem neuen programm und dann gefiel mir das bild davon nicht ich weiß nicht ob der irgendeine bedeutung hat ich habe stamina ja das ist das dark souls unter den affenspielen dark souls für seine verbrechen wurde er eines tages gefangen und bestraft um in einer lösung gefangen zu bleiben die ihn am leben hielt fast bei bewusst sein aber bewegungslos was ihm erlaubt über seine sünden und schuld nachzudenken er will aber nicht immer meine sinnen und meine schuld nachdenken soll das weitergehen soll ich soll ich überspringen ich drücke alles außer kreis gerade ich kreiste immer an das ist grundlegend das was unserem affen passiert ist ok du sprichst weder deutsch noch englisch noch sonst was du sprichst hallo mein alter freund du bist erwacht bla bla und im nächsten satz total höflich holen sie ihre krone verschwinden sie von hier ja nicht alle probleme aber eine menge probleme moment ich habe ich habe einen random Würfel der liquien ne habe ich ihn nicht was hat er jetzt den Würfel her gehabt ah Waffe du hast einen Arm das ist eine sehr harte Statue meine Güte in der Vergangenheit sorgten Wu und der Kaiser für den Frieden im ganzen Königreich und mit den beiden an der Spitze konnten den guten Menschen der Stadt nichts passieren als Wu begann nach mehr Macht zu streben wurde das Band zwischen ihnen ja das ist okay ist der Drifter Controller das stört mich nicht äh durch Wu's Handlungen entzweigebrochen nach und nach litt das gesamte Königreich unter den Folgen von Wu's Handlungen und der Kaiser hatte keine andere Wahl als ihn für immer einzusperren ja ich nenne Doppelsprünge auch immer Luftimpulse ne Moment das so heißen meine nein nein heißen meine Pupsis äh ah okay ich muss ich muss eins werden mit dem Wind keine dummen Witze pfff oh das Moment der eine Stutz tötet mich nicht aber der Stutz tötet mich ähm okay das klang so als wenn nur ein Brett eingestürzt ist ich wollte gerade sagen die hätten mir auch sagen können dass nur ein Brett einstürzen wird äh 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 nein nein dann haben wir das wieder ich ja wie ihr seht habe ich den Sprung geschafft offensichtlich ah yeah monkey see monkey do monkey klettern will ich an allen klettern oh yeah burden huh ruin of certainty äh trash bandicoot wäre nicht ja obwohl cortex wäre wahrscheinlich nicht stolzer oder glücklich darüber dass ich die kristalle zerstöre Menü öffnen unberöffneter Wächter geschickt auf kurze Distanz mit starken Tritten und Schlägen robot monk sind Roboter mit künstlicher Intelligenz die zur Anbetung und Verteidigung ausgebildet wurden es wurde angenommen dass sie die Gunst des vibrierenden warum des vibrierenden Universums erlangen können wenn sie beten und ihre Gebete an das Mineralien Netzwerk richten könnten why the fuck ist es das 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 vibrierende Universum Zielfeind aggrefeind wow dodge das können sie nicht übersetzen piercing blocken jetzt sieht das furchtbar aus alles starke Attacke ja yah Das Spiel kostet übrigens, also das ist eine offizielle Demo, die könnt ihr euch runterladen, deswegen alles cool, ich teste nur meine Optionen. Was, ich kann nicht nur springen, ich kann auch einen auf Avatar machen. Also nochmal, es gibt eine offizielle Demo, könnt ihr euch jetzt runterladen, könnt ihr ihn jetzt ausprobieren, Luftblase werfen. Wow. Vielleicht verwirrt es, aber wir gucken uns das mal an. Warum sieht das aus wie Dinge, die ich ziehen können müsste, aber es nicht kann? R2, R1, R1. Das ist merkwürdig. Mir wird alles beigebracht. Drücke dies, drücke jenes, halte diesen Knopf. Aber wenn das hier für das Rätsel wichtig ist, warum wird mir nicht gesagt, wie ich die Dinger festhalten kann. Und Luftblase. Und offensichtlich war das des Rätsels Lösung. Der Knackpunkt, der Kern der Sache. Aufenschein. Cool. Dann. Nein. Warum haben wir hier die, äh, wie hießen die? Jedenfalls die Megaman-Blöcke. Oh nein, das war wieder zu früh. Oh Gott, nein! Damn! Ich glaube, Jokuman oder Jokublöcke nennen die sich die auftauchenden verschwindenden Blöcke aus Megaman-Spielen. Hätte ich jetzt echt drauf verzichten können. Moment, ich kann Energie zurückgewinnen? Nein. Wind macht das nicht weg. Na gut. F-f-f-f-f-fuck you! Ich habe kommen sehen, dass es da irgendein Problem geben wird. Aber das da habe ich nicht kommen sehen. Das da war einfach nur gemein und arschig. Das da war einfach nur weg. Haha. Easy. Oh. Quasi nichts passiert. Sprinten, springen, greifen! Yeah! Gar nicht erst in den Bereich da unten hingehen. Warum? Warum sollte man da hingehen? Ah. Also wenn da ein Item liegen würde oder so, aber nö. Ah nein. Dann verschwinden die Blöcke, oder? Unter da hinten? Oh mein Gott. Das war wieder nicht gut genug. Oh mein Gott, das Spiel ist so clunky. Ah nein. Okay. Easy peasy. Ah Typen mit Schild und Gegner die Wind machen. Cool. Also ich hab halt das größte Problem hab ich halt direkt schon mit dem Kampfsystem, weil es sich nicht wirklich gut anfühlt irgendwas zu hauen. aber der hat sich einfach auch mal gehalten. So mach ich keinen Schaden. War der jetzt gerade am flocken angeblich? Jaaaa. Er ist tot. Das hat die Actioncam so gesagt. Das war ja kein Schild mehr der arme Kerl. Und blockt, beziehungsweise pariert mich trotzdem mit Schwert, natürlich. Aber er blockt pariert und kriegt... Das ist nicht da... Nee, nee, nee. Das ist nicht gut. Das ist nicht gut. Also da war kein Feedback und er blockt, aber kriegt Schaden. Das hat er nicht geblockt. Das ist merkwürdig. Falscher Knopf übrigens von mir, aber da bin ich dann selber schuld. Ein heller Sonnennachmittag, als die Energie, die ihre Ketten aufrecht erhielt, zu Ende ging, konnte einen Sprung freigeben werden und endlich den Wind im Gesicht spüren. Jetzt konnte ich deine Sünden wieder gut machen und die Krone finden, die ich zerstören konnte, um das Böse zu beenden, das sie bewohnte. Zum einen, gut, das kann aber auch an der Demo liegen, das weiß ich nicht. Aber zum einen, warum enden diese Katzin-Dinger nicht? Warum sind sie nicht... Also im besten Fall hätten sie Ton, natürlich. Drücke Dreieck für offene Truhe. Ey, offene Truhe, ey. Emblem des Adels... Adels? Kaiserlich. Bevor das Königreich, wie wir es heute kennen, entstand, gaben zwei Familien alles, um sichere Länder zu erschaffen, in denen sie sich niederlassen und leben konnten. Sie gründeten eine starke und weise Regierung. An der Spitze dieser Ordnung stand der Kaiser, unter ihnen die großen Familien mit Adligen Geschlecht und Tradition. Die Familien waren verantwortlich für die Verwaltung der... ... ... ... der Wäsche? Ich nix wissen. Das Spiel mir nix sagen. Aber für die Verwaltung wer? Oh. Oh. Jetzt zuvor. Tatsächlich ist es schon raus, soweit ich weiß. Also die Demo ist auch schon länger raus, aber okay. Das war das. Das ist ein Test gewesen. Ich hoffe, das Endergebnis ist gleich gut und ich kann glücklich sagen, es passt. Ich kann mit diesem Grabber aufnehmen. Ansonsten gehe ich zu meinem Alten zurück. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bis zum nächsten LP. Also zum normalen LP. Macht's gut. Ja, bye bye. Ciao. Uh. Ss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.